Das sind wir ein letztes Mal in dieser Staffel, heute mit einer Folge, in der geht's um Gewalt, um Erpressung, um Gier, um Rache, um verschwimmende Grenzen zwischen Unternehmer-Oberschicht und zwielichtiger Unterwelt. Vielleicht holt ihr euch am besten gleich mal einen Zettel raus, wird nämlich sehr, sehr kompliziert, macht's wie Basti, von dem kann man lernen. Also Zettel, doch, kann man, er schüttelt das. Nicht alles. Aber vieles. So, trotzdem gilt auch heute ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und viel über das Rechtssystem. Das alles könnt ihr hören, wo es Podcasts gibt, das könnt ihr sehen auf YouTube, das könnt ihr versetzt im HR-Fernsehen sehen und gerne auch in der ARD-Mediathek. So ist es. Aufgeregte und danksagende Worte werden wir am Ende dieser Folge machen für die siebte Staffel, was tatsächlich sehr spektakulär ist. Also ich erinnere mich irgendwie, als wir nach der vierten Staffel dachten. Wow, vielen, vielen Dank. Also, freut euch auf jeden Fall, wie wir uns nach dieser Folge bei euch bedanken, dass ihr uns durch sieben Staffeln getragen habt und mit in eine achte kommen werdet. Aber, ihr wisst es ja, und ich habe es ja in der letzten Folge schon angekündigt, am Ende einer jeden Staffel kommt ein Brett. Und du hattest tatsächlich auch sehr, sehr lange Angst vor diesem Fall. Ja. Du hast den, glaube ich, sogar seit Staffel 6 vor dir hergeschoben oder Staffel 5. Ungefähr. Ungefähr. Habe ich mich gedrückt. War immer die Aussage, das machen wir nächste Staffel, das ist mir zu anstrengend. Der ist einfach so kompliziert, Leute. Wie ich glaube, ich habe viele Stifte, viele Zettel gebraucht und diverse Anrufe, in der Hoffnung, ich kapiere es dann endlich mal. Ja. Und das, obwohl ich da war. Ihr werdet sehen, dass das nicht unberechtigt ist, was Heike hier ankündigt. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Ich habe auch jetzt schon nicht alles gerafft. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie wir uns da durcharbeiten. Aber vielen Dank, Heike, an dich. Ich glaube, auch im Namen von Zuschauern und Zuhörerinnen und allen möglichen Leuten. Der Röte. Dass du endlich diesen Fall mitgebracht hast, weil ich habe auch schon ein bisschen gequengelt. Ja. Warum ich gequengelt habe, hören wir es doch mal an. Der Fall. Anfang 2010 wird auf einen Frankfurter Anwalt geschossen. Lange suchen Polizei und Staatsanwaltschaft nach Täter und Motiv. Im September 2018 dann die sensationelle Nachricht. Alexander Falk, bekannter Erbe des Stadtplan Verlags und Unternehmer, ist an seinem Firmensitz in Hamburg festgenommen worden. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen versuchter Anstiftung zum Mord an. Motiv? Der Rechtsanwalt hatte eine Millionenklage gegen ihn vorbereitet. Im Juli 2020, nach langer und konfliktreicher Verhandlung, verurteilt das Landgericht Falk zu einer viereinhalbjährigen Freiheitsstrafe wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung. Aber damit ist der Fall noch lange nicht vorbei. Ja, ich glaube, der letzte Satz hat diese ganze Geschichte noch aufgemacht. Zu denken, ja, ja, bla bla, das passiert, das passiert. Aber der Fall ist noch lange nicht vorbei. Das ist diese Stadtplan-Journeys, kennt man, gell? Das sind diese mit dem roten Halbkreis. Das sind, also die Älteren unter uns wissen, wie sie in Städten standen und versucht haben, diese Scheißpläne wieder zusammenzufalten. Das war nämlich sehr kompliziert. Heute gibt es Gott sei Dank Navis in Handys und wir brauchen nicht mehr diesen komplizierten Falk-Plan. Wir haben gehört, er hat das geerbt, das Unternehmen. Was macht er? Wir haben nur gehört, Unternehmer, was heißt es? Ja, also der hat von seinem Vater, der diesen Stadtplan-Verlag gegründet hat, hat dieses Ding geerbt. Der hat ihn verkauft zusammen mit seiner Schwester, das war schon 1986. Da hat er also seine ererbten Anteile verkauft, hat damals 50 Millionen D-Mark bekommen dafür. Das Ganze ging an Bertelsmann. Und der Falk selber ist dann zum Star geworden der New Economy. Das sind, also Börsenliebling wird er auch gerne genannt, das sind die, die zwischen ungefähr Mitte der 90er Jahre bis 2000 viel investiert hat in so Internetfirmen wie Informationstechnologie, Multimedia, Biotechnologie etc. Da hat er viel Geld mitgemacht. Hat er gemacht, weil das ist ja auch irgendwann zusammengebrochen. Ja, aber erstmal hat er viel Geld mitgemacht und er ist vom Manager-Magazin immerhin auf Platz 86 der 100 reichsten Deutschen seiner Zeit gelistet worden. Und er hat auch gut geheiratet, er hat nämlich auch eine Millionen-Erbin geheiratet, die Tochter eines Kaufmanns, das Ganze spielt ja im Norden, nämlich in Hamburg, eines Kaufmanns, der mit Schiffs- und Immobilienfonds sehr reich geworden ist. Also da kam Geld zu Geld und zwar ordentlich was da, bis der Falk Ende 2000 eine Firma, die er hatte, so eine Internetfirma, für 763 Millionen Euro an ein britisches Telekom-Unternehmen verkauft hat. So, und dieses Unternehmen ist dann zahlungsunfähig geworden. Das muss man wirklich so ausführlich erzählen, weil man sonst diese ganze Geschichte überhaupt nicht mehr rafft. Die am Ende kommt, das ist nämlich alles der Anfang von dem, worüber wir gleich gehen. Aber wann ist die pleite gegangen, als er es verkauft hat schon? Nee, die ist vier Jahre später pleite gegangen. Ja, aber es kann Ihnen doch egal sein. Ja, das Problem war aber, dass die ihn angezeigt haben, weil sie gesagt haben, Junge, du hast die Bilanzen gefälscht, du hast nämlich mit Scheingeschäften den Umsatz aufgepumpt. Hast also so getan, als ist der Umsatz höher und damit hast du einen überhöhten Preis, hast du das ganze Ding zum überhöhten Preis verkauft. Und das war der Untergang von Alexander Falk, das muss man so sagen. Untergang heißt auch Pleite dann irgendwann? Ja. All das Geld, was er hatte? Also sehr viel jedenfalls davon. Naja, es scheint mir, sagen wir mal so, wenn wir den Prozess gegen den beobachtet haben, es scheint schon noch was irgendwo da zu sein. Okay. Aber es ist nicht mehr so wie vorher. Hat die Klage von diesem Anwalt, der dort angegriffen wurde, damit zu tun? Genau, deswegen erzähle ich das so ausführlich. Das ist die, weil meine Frage wäre jetzt auch, warum wurde da eine Millionenklage vorbereitet? Das war der Anwalt, der im Namen der britischen Telekommunikationsfirma die Anklage vorbereitet? Ja, nein, der hat das Zivilverfahren betreut. Der war hier bei einer sehr, 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 sehr großen Anwaltskanzlei, also einer internationalen Anwaltskanzlei der Risiken und war eben für dieses Verfahren zuständig. Und das hat zwei Sachen gegeben. Es hat einmal das Strafverfahren gegeben. Beide sind wichtig, deswegen erwähne ich das so ausführlich. Strafverfahren trennen wir, das heißt, da geht es nur um die Betrugsgeschichte. Betrug und, genau, Betrug und Finanzfälschung. Also ein bisschen Wirecard-Vibes mäßig. Ja, genau. Das haben wir auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir das Zivilverfahren, nämlich die Firma, die sagt hier, Kohle zurück. Und da ging es um über 200 Millionen Euro. Also richtig viel Geld. Irgendwie schaffen Allmanns das nicht, eine neue Firma aufzubauen, gell? Das ist alles nur diese alte Kram. Sobald was Neues kommt, müssen die irgendeine Scheiße machen. Ich weiß es nicht. Also hier war es so, dass der Falk dann festgenommen worden ist. 2004 bis 2008 stand er dann vor Gericht. Das kann ja nicht sein. Ich wollte gerade fragen. Das kann ja nicht sein. 2008, nee, 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 da ist hier ein falsches Zeichen auf meinen Z-Graden. Also jedenfalls war der Prozess vom Landgericht in Hamburg gegen ihn. Der hat sehr lange gedauert. Der hat nämlich 157 Verhandlungstage lang gedauert. Das Strafverfahren. Das Strafverfahren. Wenn man den Prozess in Frankfurt gesehen hat, dann versteht man, warum das sowas bei dem so lange dauert. Weil der halt wirklich mit allen Mitteln kämpft. Und wie ich finde, zum Teil auch unnötigerweise Prozesse in die Länge zieht. Also hier war es so. Am Ende kamen raus vier Jahre wegen versuchten gemeinsamen Betrugs und Bilanzfälschung. So. Und dann ist die Revision verworfen worden. Und dann ist er in den Knast gewandert. Das ist deshalb wichtig. Wann? Der saß, der hat ja schon relativ lange in Untersuchungshaft gesessen und hat dann nochmal gesessen zwischen November 2010 und 12. August 2011. Und dann ist er entlassen worden, weil er eine gute Sozialprognose hatte. Das ist aber flott. Das ist aber nur der Rest. Der hat vorher schon zwei Jahre verbüßt. Ah, okay, okay. Also zwei Jahre in Untersuchungshaft gesessen. Das ist angerechnet worden. Geht das eigentlich? Ja, das geht. Ist das nicht irgendwie so, dass man sagt, das gab es ja nicht? Wie heißt denn das? Also, du kannst... Es gibt auch dieses Dings da. Du hast mir mal so einen Satz gesagt. Wie heißt der denn hier? So Beschleunigungskram. Ja, du hast so ein Beschleunigungsgebot. Also du musst ein Verfahren immer vorantreiben. Das gilt für die Untersuchungshaft. Du kannst die Leute nicht einfach in Untersuchungshaft sperren. Geht das nicht nach sechs Monaten ab? Nach sechs Monaten wird geprüft, ob in dem Verfahren noch was passiert. So, und wenn du dann, wir hatten das jetzt kürzlich in Hessen, dass da welche aus der Haft entlassen worden sind, weil die Prozesse einfach nicht angefangen haben. Und dann irgendwann das Oberlandesgericht in dem Fall in Frankfurt gesagt hat, so jetzt ist mal gut, wir können euch da nicht ewig einsperren, ja. Nur weil die Gerichte überlastet sind, da kann derjenige im Gefängnis ja nichts für. Ja, ja, auch nicht. Zwei Jahre Untersuchungshaft ist schon lange, oder? Zwei Jahre Untersuchungshaft ist lange, aber ist nicht so ungewöhnlich. Das finde ich aber krass. Die haben ja hier... Weil es kann ja trotzdem sein, dass der nichts gemacht hat. Ja, aber du brauchst ja Haft, also für die Untersuchungshaft brauchst du ja Haftgründe. Wiederholungsgefahr ist eine Haftgrund. Fluchtgefahr spielt hier eine große Rolle, weil der hat ein Anwesen in Südafrika. Jo, aber am Ende... Und Verdunklungsgefahr. Stell mal vor, der hätte nichts gemacht. Ja, dann müsste er entschädigt werden. Ja, da kriegt man so wenig, gell? Ich weiß, ich weiß, da haben wir schon mal drüber geredet. Sorry, wir haben das zweier Untersuchung, wir haben uns das vertan. Aber der Staat hat Glück gehabt, dieses Urteil hat gehalten, der ist in der Revision gescheitert. Und er hat im Knast, und das wird jetzt wichtig für hier unseren Fall, lernt er einen Menschen kennen. Und der hat einen Bruder, das sind die Brüder B. Das heißt, meine Frage, wo finde ich so jemanden, kann ich ausstreichen. Im Knast. Und die Brüder B haben Verbindungen ins Rotlichtviertel und ins Hamburger Boxermilieu. Und kennen da allerlei Leute, die ich nicht so kenne. So, und jetzt möchte er, dass die ihm helfen, seine Unschuld zu beweisen, dass er nicht betrogen hat. Und dafür sollen die ihm Dokumente beschaffen. Und jetzt kommt der Rechtsanwalt ins Spiel. Der Rechtsanwalt vertritt nämlich diese britische Firma. Der Rechtsanwalt schafft es, dass 30 Millionen Euro von ihm unter Arrest gestellt wird. Der Staat die Flosse drauf hat, damit er die nicht ausgeben kann. Dass seine Konten zu sind, dass seine Geschäftsanteile verloren gehen. Dass er Luxusgüter wie Möbel und so ein Kram rausrücken muss. Und zwar in seinen Anwesen in Deutschland, in der Schweiz und in Südafrika. Ganz kurz, Nachfrage, präventiv. Weil der Zivilprozess hat er nicht abgefunden. Nein, präventiv ist da die Hand drauf. Zu sagen, wir blocken das jetzt erstmal, bevor du das verschwinden lässt. Sollte beim Zivilprozess dann rauskommen, du hast doch nichts gemacht, kriegst du es wieder. So ist es. Das heißt, es ist einfach mal so. Und darum ging es und es ging auch in dieser Zeit, in der das passiert ist, ging es auch um irgendwelche Fristen, die da abgelaufen sind. Du kannst das Zeug ja nicht ewig arrestieren. Finde ich ehrlich gesagt auch. Ist auch so. So und jetzt, also hat er da diese Brüder da und diese Brüder verschaffen sich auch, also tarnen sich als Putzhilfen. In dem Fall ist einfach alles drin. Alles, was mir nur schlechten Kribbis geht. Das heißt, weil der will, dass die irgendwelche Unterlagen besorgen. Ja. Die seine Unschuld beweisen. Genau. Das heißt, er glaubt daran, dass er seine Unschuld noch beweisen kann. Das glaubt, glaube ich, Alexander Falk immer. Weiß man wie? Also weiß man konkret, um welche Unterlagen es sich gehandelt hat? Ja, irgendwelche Notizen, aus denen hervorgeht, dass dieses britische Unternehmen sehr wohl wusste, dass da mit Scheinrechnungen die Bilanzen gefälscht waren. Okay, das heißt, er gibt zu, dass da irgendwas shady gelaufen ist, aber er sagt, der Käufer wusste das. Ja, ich hab den nicht betrogen. Der wusste Bescheid, dass da irgendwie... So, der wusste genau, das haben wir hier geschönt. So. Lass uns nicht verlaufen, sonst wären wir nicht fertig. Heike, du bist unser Stadtführer heute. Okay. Mit einem Falkstadt-Bahn. Ich begrüße einen Philhof-Meister. So, jedenfalls. Also die Brüder, die verschaffen sich also Zutritt zu der Kanzlei und schaffen es auch in dieses Büro von diesem Rechtsanwalt als Putzkräfte getan, aber die finden nichts. Jetzt passiert Folgendes als nächstes. Wir sind im Jahr 2009 übrigens. Im Jahr 2009 wird plötzlich bei diesem Rechtsanwalt die Haustür eingeschlagen mit so einem Vorschlaghammer und der bleibt vor der Tür liegen. Dann, zwei Wochen später... Aber nichts gestohlen. Nö. Zwei Wochen später klingelt irgendjemand, stammelt irgendwas und verschwindet wieder. Stammelt irgendwas? Ja, keine Ahnung was. Und geht aber wieder weg. Und ist dann wieder weg. Dann finden sich Einbruchsspuren am Fenster des Hauses von diesem Anwalt. Jetzt muss man dazu sagen, der wohnt in einem beschaulichen Stadtteil von Frankfurt, so ein bisschen ländlicher gelegen. Das heißt, da ist Hamburg nach Frankfurt gekommen dann? Kann sein, weiß man nicht. Okay. Wie der Anwalt? Nein, 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 der Anwalt ist hier in Frankfurt, die Kanzlei sitzt auch hier in Frankfurt. Nein, 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 ich meinte dann, diese Unterwelt ist dann hier auch mal in Frankfurt aufgebaut. Könnte so sein. Oder gab es dann neue? Weiß man da noch nicht. Wir sind ja schön chronologisch, ne? Eigentlich habe ich gar nicht viel Fragen, ich höre dir einfach nur zu, wie wenn du mir ein Märchen erzählst. Oh ja, das finde ich auch schön, weil das belohnt mein Fleiß, wie ich mich da durchgekämpft habe und das sortiert habe, damit ich das überhaupt erstmal selber raffe. Obwohl ich in diesem Prozess war. So, also und dann gibt es so einen seltsamen Anruf bei dem Anwalt zu Hause. Wir sind jetzt am 2.1.2010 und da ruft eine Frau mit einem osteuropäischen Akzent an und fragt irgendwie, ob der da ist und legt wieder auf. So, das ist am 2.1. Am 8.2.2010 will der Anwalt morgens in sein Auto steigen, um zu seiner Kanzlei zu fahren. Da kommt ein Mann auf ihn zu und er, also ich nehme das jetzt vorweg, das hat er später im Prozess so geschildert, er hört den Knall, dann sieht er eine Pistole in der Hand von diesem Mann, der schießt aus nächster Nähe ihm ins Bein. Der Rechtsanwalt glotzt, also guckt auf sein Bein, sieht das Loch, sieht ganz viel Blut, sieht diesen Menschen, diesen ihm Unbekannten, der geht ruhigen Schrittes davon, dreht sich nochmal um, beschleunigt und ist weg. Rechtsanwalt sagt zusammen, Krankenwagen wird gerufen. Im Krankenwagen, schön, du hörst mir so schön zu, wie er mir so in die Augen guckt. Ihr müsst das mal bei YouTube euch angucken. Also, im Krankenwagen ruft er selber die Polizei an und sagt der Polizei, ich bin Rechtsanwalt, ich führe ein Verfahren gegen Alexander Falk, das ist ein Hamburger Multimillionär, hören Sie bitte sein Telefon ab. Weil ich glaube, der hat da was mit zu tun. Hat der Typ, der ihn da angeschossen hat, irgendeine Forderung gestellt? Gar nichts? Nichts. Der ist einfach wortlos gekommen, hat ihm ins Bein geschossen? Hat ihm in den Oberschenkel geschossen? Das heißt, man weiß ehrlich gesagt gar nicht, was dieses Symbol soll. Nein. Weil am Ende, sagen wir mal, die Intention ist, der will nicht, dass er diesen Fall, also der muss ja vor, ich muss ja vor eine Drohung kriegen, zu sagen, okay, wenn ich XY nicht mache, schießt mir jemand ins Bein. Oder mir schießt jemand ins Bein, damit ich danach nicht in den Kopf geschossen bekomme. Das heißt, der wusste überhaupt gar nicht, was das zu bedeuten hat. Das heißt, es hat gar keine Wirkung. Er hat einfach ins Bein geschossen bekommen. Er hat ins Bein geschossen bekommen, er scheint das ja schon gewusst zu haben, weil er sagt das ja gleich, im Krankenwagen noch der Polizei. Er sagt hier Leute, großer Zivilfall, geht um viel Geld, Fristen laufen und da geht es um eingefrorenes Vermögen. Das sagt er alles. Das heißt, im Endeffekt könnte man die Vermutung haben, dass sie den angeschossen haben, weil die dann gehofft haben, dass er nicht mehr rechtzeitig zur Frist dieser Gelder wieder blockieren kann. Oder, dass das Mafia-Methoden sind, die sagen, hier mein Freund, pass mal auf, was du da tust. Finde ich, das macht keinen Sinn. Warum? Weil dann kommt halt ein anderer Anwalt. Ja. Ist ja nicht so, dass man sagt, das kann nur der Anwalt machen. Das stimmt. Das Unternehmen würde ja nicht sagen, das ist ja blöd jetzt, jetzt haben sie unseren Anwalt ins Bein geschossen. Jetzt können wir ja auch nicht mehr machen. Vielleicht wollten die irgendwas verzögern. Also und was der auch macht. Das ist eine interessante Frage, ganz kurz, die muss ich mir aufschreiben. Wenn so eine Frist ist und der Anwalt kriegt ins Bein geschossen, ob das dann angerechnet wird, weißt du, was ich meine? Also das kann ich mir in dem Fall nicht vorstellen. Ich kann es mir in dem Fall nicht vorstellen, weil der von so einer großen Kanzlei ist, dass da natürlich andere Anwälte sind und dass dann ein Gericht sagt, ja sorry, da muss halt ein anderer jetzt weitermachen. Okay. Also das würde ich mal einfach behaupten, ohne viel Ahnung von Zivilprozessen zu haben. Ahnung, vielleicht später im Zuschauerraum, falls ich daran denke. Ja, okay. Ja, okay. Okay. Schrei mal auf Fristen. Hab schon. Alles gut. Und der erzählt auch, hier und übrigens sind da auch komische Sachen passiert. Vorschlaghammer, Einbruch, tralala. Stammeln, Anrufe. Bitte was? Stammeln. Stammeln, Anrufe. Stammeln, Anrufe, ja genau. Dann verfolgt die Polizei auch diesen Anruf, also das ging offensichtlich noch und der führt in einen Stadtteil von Hamburg, der Stammelanruf. Der Stammelanruf? Also der sagt hier, Hamburger. Ich denke, Stammel war vor der Tür. Stammelanruf, stand bei ihm vor der Tür hat gestammelt. Und was soll man denn machen? Stammelanruf, also das heißt, kümmert sich nicht um Durchsuchungen, die kümmert sich nicht um irgendwelche, dass sie die Telekommunikation überwacht. Was vielleicht auch richtig ist, weil das sind schwerwiegende Eingriffe und ich kann nicht einfach so Leuten das Telefon überwachen, weil irgendeiner sagt, das ist hier mein Mandant und so. Aber die Polizei ermittelt trotzdem weiter, die befragt die Nachbarn und tatsächlich sagt eine Nachbarin, hier, ich habe da so einen Kastenwagen gesehen mit Hamburger Kennzeichen. Das ist jetzt schon der dritte Hinweis, Hamburg. Die Polizei prüft die Mietwagen, findet aber irgendwie nichts. Leute, wenn ihr so Killer seid oder solche Leute, fahrt euch mit Hamburger Kennzeichen an den Ruf von Hamburger Telefon an. Also was ist das denn? Die sind ja nicht so gut vorbereitet. Ja, also die Brüder scheinen vielleicht doch nicht die Allerhellsten zu sein. So, also und die untersucht Kippen und was man halt da alles so macht, so Tatortarbeit und findet nichts. Sie vernimmt den Rechtsanwalt, sie vernimmt die Kanzleimitarbeiter, sie nimmt auch tatsächlich Kontakt auf zur Polizei in Hamburg. Sie lässt das Umfeld von Falk prüfen, aber irgendwie findet sich nichts. Dann passiert das, was immer in diesen Fällen passiert, wenn man nichts findet, dann kommt Aktenzeichen XY ins Spiel. So war es auch hier. Auch deshalb, weil die Kanzlei eine Belohnung ausgesetzt hat von 100.000 Euro. Ich habe mir das übrigens nochmal angeguckt von damals, dieses Aktenzeichen XY. Da ist die Rede so ganz nebulös von einem, ein privater Mensch hat 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt. Also faktisch war es die Kanzlei. So, jetzt kommt der September 2012 und das Zivilurteil, das verhindert werden soll, nämlich 209 Millionen Euro Schadenersatz, sollen an den Insolvenzverwalter bezahlt werden, weil die Firma zu teuer verkauft worden ist, hat das Zivilgericht festgestellt. Am Ende übrigens haben die sich dann geeinigt und ist nicht ganz so viel Geld gewesen. Und jetzt passiert erstmal gar nichts mehr. Also 2010 ist das passiert. Nochmal, für mich, das ist 2010 passiert und der Prozess und diese Fristen, das hat alles stattgefunden. Das hat alles stattgefunden. Diese Frist ist nicht abgelaufen. Also der Schuss ins Bein hat nichts geholfen und so. Übrigens, das vielleicht überbeantwortet ist seine Frage, fällt mir gerade eben ein, dass dieser Rechtsanwalt relativ kurz nach diesem Schuss ins Bein diese Kanzlei auch verlassen hat und damit diesen Fall. Das heißt, das hat vielleicht doch was gebracht? Ja, also eigentlich nicht wirklich. Das ist dann halt einfach ein anderer. Hat dann ein anderer Anwalt das weitergemacht? Ja, ja. Ist dem auch irgendwas passiert? Nicht, dass ich wüsste. Das ist dann schon aber tricky. Ich weiß nicht, ob ich dann hier, ich bin ins Bein geschossen worden, hat einer Bock, das zu übernehmen? Ich weiß nicht, ob ich der Erste werde, der sich dann meldet. Ja, klar. Vielleicht gerade dann. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es so welche. Jedenfalls, jetzt mal meinen großen Sprung ins Jahr 2014. Da kommt nämlich plötzlich Bewegung in diesem Fall. Weil? Weil ein... Mario Götzchen taugeschossen hat. Nee, der war ja noch nicht bei der Eintracht. 2014 trotzdem. Also, jedenfalls wendet sich ein Informant an die Polizei in Hamburg. Und ein Informant genießt Vertraulichkeit, deswegen weiß, also es weiß schon ein Mensch, aber... War da Bewegung noch bis dahin irgendwas, oder war das einfach nur... Nö, die Polizei hat halt da immer so ein bisschen rumermittelt. Die hat es nie liegen gelassen. Okay, das war nicht komplett aus dem Nichts. Nein, 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 nein. Nein, nein, weil ja hier der vorwegversuchter Mord im Raum stand. Ja, ist da noch irgendwas gewabert? Also, kann man dem Informanten Intentionen unterstellen? Ich glaube schon. Also, dieser Informant hat gesagt, hier, hallo, ich weiß was. Und hat sich Vertraulichkeit zusichern lassen. Das heißt, das habe ich extra erkundigt, das heißt, in der Akte wird der ohne Namen geführt. Der hatte dann irgendwie so eine Nummer. Ja, ja, gut, das macht dir aber auch Sinn. Ja, genau. Und du hast als Zeugen später dann nicht ihn zur Verfügung, sondern immer nur den Vernehmungsbeamten. Du kannst ihn nicht fragen. Also, der Informant hat gesagt, ich weiß, wer es war. Der Falk war der Auftraggeber. Der Knastbekannte, das war der Mittelsmann. Und den Schützen kenne ich auch. Und hat da so einen Namen genannt. Ich muss es trotzdem noch mal kurz fragen. Du wirst mir noch sagen, warum der das gemacht hat, der Informant? Ähm, vielleicht. Okay. Bleibt für uns auch, weil ich bin quasi auch Zuschauer heute. Vielleicht. Also, jedenfalls hat dann die Staatsanwaltschaft gesagt, so, nun ist es soweit. Jetzt werden wir mal die Telefone überwachen. Und Überraschung, Überraschung, 2014 hat sie dann nichts mehr gehört. Weil es ist ja schon 2010 alles gelaufen. Dann haben die gedacht, die hören jetzt mal viel. Jetzt haben die sich was erhofft. Er wird ja wohl auch jahrelang darüber sprechen. Genau. Weil der Informant hat gesagt, er, also dem Anwalt, sollte der Datenträger, mit den kompromittierenden Daten da, sollte abgenommen werden. Weil Falk ja behauptet, es gab nie einen Betrug. Die wussten von den geschönten Bilanzen. Das war alles abgesprochen. Und dieses Gespräch ist aufgezeichnet worden. Und das will er haben. Ja, deswegen waren auch die, also erinnere dich, die Brüder waren als Putzkräfte getarnt in der Kanzlei. Ja. Und da geht es immer um dasselbe. Es geht immer um irgendwelche Dokumente, Aufzeichnungen, sonst irgendwas, aus denen hervorgeht, dass er unschuldig ist. Die wissen, dass der unschuldig ist und dass das alles abgesprochen war und dass er die nicht betrogen hat. So. Überraschenderweise redet er aber jetzt nur 2014 nicht mehr am Telefon darüber. Komisch, 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 komisch. Und jetzt nächster Sprung. Was macht er zu dem Zeitpunkt? Irgendwelche Geschäfte, ich weiß es nicht. Okay. Oder in Südafrika seinen Wein anbauen. Privatier. Ah, das weiß ich nicht, ob der da zu fähig ist. Da ist der, glaube ich, zu umtriebig. Der wirkt mir so ein bisschen überaktiv. Okay. So, jetzt nächster Sprung. 2017. Jetzt kommt ein nächster Zeuge ins Spiel. Der wird dann später immer der Kronzeuge genannt. Das heißt, erstmal Informant hat eigentlich nichts gebracht. Hat eigentlich nichts so richtig gebracht. Und jetzt kommt der Kronzeuge. Der wendet sich ans Landeskriminalamt und sagt, hallo, ich habe neue Beweise. Wo kommen die plötzlich alle her? Was weiß denn ich? Ich habe doch am Anfang gesagt, das ist eine Geschichte aus der zwielichtigen Unterwelt und aus der Unternehmeroberschicht und alles vermengt sich hier. Also Vermutungen, die ich anstellen könnte, ist, dass irgendjemand, das ist ja auch nicht so schlau, wenn ich jemanden beauftrage, das zu machen. Und derjenige weiß, dass ich Cash habe, um ihn dafür zu bezahlen, weiß auch, dass ich danach wahrscheinlich noch Cash habe. Und dann, eigentlich hat er mich ja in der Hand. Ich habe ihn ja beauftragt. Er hat mich ja für immer... Du könntest die Verteidigung übernehmen. Er könnte mich ja für immer in der Hand haben. Du könntest die Verteidigung übernehmen. Vielleicht wärst du auch erfolgreicher gewesen. Warum? Weil das genau sagt die Verteidigung. Die Verteidigung sagt, die wollen alle nur den Falk erpressen. Ja, aber ich habe ihn ja jetzt nicht verteidigt. Ich habe ja gesagt, er hat das... Ich sage mal, wenn du das wirklich beauftragst, könnte er ständig zu dir kommen. Ich sage, du hast das beauftragt. Wenn du mich jetzt nicht nochmal bezahlst, also ich bin ja für immer erpressbar. Aber ansonsten sagen die, weißt du was, ich könnte natürlich auch bei der Polizei anrufen und denen sagen, dass du mich beauftragt hast. Wäre ja blöde. Ich mache das natürlich nicht selber, weil du ja mich beauftragt hast. Deswegen schicke ich irgendjemand anders hin. Du hast ja schon gesehen, dass ich auch Leute vor Haustüren stammeln lassen kann. Also der Falk hat in dem Prozess gesagt, dass er die unterschätzt hat. Und dass er eigentlich mit so Leuten ja nichts zu tun hat, weil er sich in anderen... Aber wie hat er erklärt, dass er auch was mit denen zu tun hat? Naja, das war ja nur, weil er sie im Knast kennengelernt hat. Das war's. Und das heißt, der hat den Auftrag, diese Sachen zu besorgen und... Das hat er ganz spät zugegeben, dass es ihm um die Daten ging. Ach ja, also hat er doch gesagt, er hat sich zu was beauftragt. Halt nicht zum Schießen, sondern nur zum Klauen. Genau. Also jetzt sind wir aber erst noch im Jahr 2017 und der Zeuge, der Kronzeuge kommt nun, geht zum LKA und sagt, hallo, ich habe neue Beweise. Und der sagt, ich war nämlich der Fahrer dieser beiden Brüder. Und ich kenne den Falk und ich war auch oft bei Treffen dabei. Und dann hat es ein Treffen gegeben, das wird jetzt wichtig, in einem Steakhouse im September 2009 in Hamburg. Und zu diesem Steakhouse, bei diesem Treffen hat sich der Falk über diesen Anwalt echauffiert und hat gesagt, der soll eiskalt gemacht werden, damit diese Bazille nicht mehr existiert. Das Schwein hat es zu weit getrieben, hat so eine Halsabschneidergeste gemacht. Wir kennen die ja jetzt aus Marseille, da habe ich sie oft genug sehen können, wie das funktioniert. Jetzt weiß ich auch, wie sich das anfühlt, wenn das einer zu einem macht. So, ich schweife ab. Hat einen Umschlag über den Tisch geschoben, in dem waren 200.000 Euro. Und hat gesagt, ich will von dem nichts mehr hören, der soll zum Schweigen gebracht werden. Aber bitte warten, bis ich, Falk, in Südafrika auf meinem Weingut bin. Und Achtung, Überraschung, es gibt eine CD und einen Mitschnitt dieses Gesprächs. Und das übergibt der Zeuge der Polizei. Hier unser Kronzeuge. Jetzt ist aber dieser Kronzeuge auch irgendwie aus dem Organisierten. Das heißt, das hat er schon vorbereitet, bevor er angerufen hat alles. Der wollte aber auch was haben, scheinbar. Scheint mir so zu sein. Diese Tonbandaufnahme von 8 Minuten und 7 Sekunden ist jedenfalls im Prozess vorgespielt worden. Ich habe die gehört. Also man hört schon jemanden, der sich da lustig macht und über die Bazille redet und so. Das ist schon alles so. Das heißt, da hört man jemanden auf diesem Tonband, der sich gewahr ist, dass da Leute sind, die ihn in der Hand haben und der will jetzt seine Ruhe haben. Ja. Und dann gibt es noch eine Tonbandaufnahme. Ach, nee, Entschuldigung, das ist ja die Tonbandaufnahme. Entschuldigung, es gibt zwei. Acht Minuten, sieben Sekunden. Die stammt aus einem Lokal in Istanbul, ebenfalls aus dem Jahr 2010. Wer hat das aufgenommen? Auch der Typ. Der Fahrer. Und da geht es um ein Treffen. Hier der Brüder mit einem Investor und dem Falk, weil die irgendeine Hotelanlage da geplant haben, in der Türkei. Der Fahrer hat damit was zu tun? Mit Planung von Hotelanlagen? Nö, der war halt mit dabei. Hat er sich da aber... Oder hat sich die Tonbandaufnahme organisiert? Oder weiß der Teufel was? Das ist ja alles so ein bisschen dubios. Okay. So, und darauf freut sich der Falk über den Anschlag. Er jubelt, als er von dem Schuss hört. Und das sagt, das war die einzige richtige Konsequenz, dem ins Bein zu ballern. Und erzählt da was von der feigen Anwaltsbazille. Und dass die Nachricht ihm richtig Freude bereitet. So, und das bringt Drive in dieses Verfahren. Das bringt Drive, ist es verboten, sich über sowas zu freuen? Nö, das ist nicht verboten. Aber das spricht natürlich sehr dafür, dass er was damit zu tun hat. Ja, gut, offensichtlich. Aber jetzt halt, dass Gerichtsfest ist. Also, es hat jedenfalls dazu geführt, dass es diverse neue richterliche Vernehmungen von Herrn Falk gab. Dass es einen Haftbefehl im Jahr, 2018 sind wir jetzt, Mitte 2018, gab. Wegen Fluchtgefahr, wegen Südafrika und so. Und weil er Beziehungen zur organisierten Kriminalität hat und wegen der Strafandrohung und so weiter. Das alles, obwohl der Falk, eine Frau, fünf Kinder und einen festen Job. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches es war, aber ich habe mir notiert, dass er damals einen festen Job hatte. Und es hat dazu geführt, dass bei ihm in der Villa durchsucht wurde und dass die Geschäftsräume durchsucht wurden und so. Und dann hat man gesucht, eben Tonbandmitschnitte und so weiter und so fort. Und dann hat es eine Anklage gegeben, das hat dann gereicht, zum versuchten Mord, wegen aus Habgier, niedrigen Beweggründen. Und zwar deshalb, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ey, du hast das nur machen lassen, weil du dich in deiner Ehre verletzt gefühlt hast. Und das ist ein niedriger Beweggrund. Die Staatsanwaltschaft sagt, der Falk definiert sich über Geld. Das ist das Allerwichtigste. Dieser Anwalt hat dafür gesorgt, dass ihm alles eingefroren wird, dass er nichts mehr hat. Und deswegen hat er sich in seiner Ehre verletzt gefühlt. So geht der Gedankenkang. So. Ist echt unübersichtlich. Das sage ich doch. Noch ist da ja nichts dabei, wo man sagen kann, warum versucht er Mord, wenn jemand einen ins Bein geschossen bekommt? Das ist ja offensichtlich. Wenn ich jemanden ins Bein schieße, habe ich ja nicht vor, dich umzubringen. Dann schießt die in den Kopf oder in die Brust. Pass auf, jetzt geht es aber weiter. Jetzt geht es weiter. Der Falk bestreitet, der sagt, ich habe überhaupt kein Motiv gehabt. Und dieser Mitschnitt, das ist überhaupt alles zusammengeschnitten. Und hat dann, der hat sehr gute Anwälte. Übrigens hat er als Anwältin seine Frau unter anderem gehabt. Das war eigentlich ein ganz geschickter Schachzug. Weil du nämlich als Anwalt im Knast jemanden besuchen darfst. Und da wird nicht zugehört. Und die Schreiben werden nicht kontrolliert. Es war eigentlich ein ganz geschickter Schachzug gewesen, die eigene Frau da mit reinzunehmen. Wenn du kommunizieren willst, ohne dass ständig einer zuhört. Das aber nur nebenbei. So, also. Und dann haben sie ja weiter diesen Schützen gesucht. Hat es eine nächst Aktenzeichen XY-Sendung gegeben. Weil es halt gab ja jetzt ein neues Phantombild aufgrund dieses Zeugen. Dem Fahrer? Ja. Das heißt, der Fahrer und der Schütze haben sich scheinbar auch noch zerstritten. Ich weiß es nicht. Also, ja, oder der hat sich, also sagen wir mal so. Es ist ja 100.000 Euro Belohnung ausgesetzt gewesen. Und man kann natürlich schon auf die Idee kommen. Und die Verteidigung ist auf diese Idee gekommen, dass der nur die 100.000 Euro haben wollte. Was auch funktioniert hat übrigens. Aber ich dachte, der hat eh Falk auch erpresst. Von daher. Das sagt ja die Verteidigung. Es scheint auch so zu sein. Ja, ja, eben. Aber das sagt die Verteidigung. Also, es war aber so. Ich will doch lieber da das Geld, da kriege ich auch mehr. Es war aber so, dieser angebliche Schütze hat nicht nur ein Alibi gehabt. Ich glaube, der war krank oder im Krankenhaus oder irgendwas zu dieser Zeit. Sondern, und das war ganz entscheidend, der Rechtsanwalt, dem ist so eine Wahlbild-Lichtvorlage, nee, wie heißt es, Wahl-Lichtbild-Vorlage so rum gemacht worden. Du gehst zur Polizei und dann zeigt die dir verschiedene Bilder. Und dann sollst du sagen, der war es, der war es, der war es. Und der hat ihn nicht erkannt. Er hat ihn nicht erkannt. Und plus Alibi, also der war raus. Das hat schon mal nicht gestimmt. Da ist irgendein Rando einfach beschuldigt worden. Ja, das hat nicht gestimmt. Dann gab es 2018 eine Haftprüfung, hatten wir vorhin alle halbe Jahr, wird geprüft. Da hat der Falk sehr viel geredet. Dann hat es weitere Ermittlungen gegeben. So, und jetzt kommt was, was am Ende wirklich nicht gut war für ihn. Es hat eine, es ist die sogenannte Oma-SMS aufgetaucht. Die spielt eine große Rolle in diesem Fall. Die Oma-SMS, die lautet so. Oma-SMS an seine Oma. Warte, erklärt sich gleich, warum die Oma-SMS heißt. Also da steht drin, alles in Ordnung, wenn was nötig ist. Von wem an wen ist die? Von irgendjemand an ihn? Ja, also die hat er bekommen. Wenn was nötig ist, besorge ich. Wir fahren morgen nach Hamburg, haben die nötigen Papiere, um ihrer Oma ihren Kuraufenthalt zu ermöglichen. Sonntag sind wir wieder hier und bleiben so lange, bis es geklärt ist. Mach dir keine Gedanken, sie wird ihren verdienten Kuraufenthalt bekommen. Die sagen, dass das eine Chiffre ist für, wir knallen dem ins Bein. So ist es. Aber warum fahren die dann nach Hamburg? Ist doch in Frankfurt passiert, oder nicht? Ja, aber sie fahren doch danach nach Hamburg. Ja, wir hatten auch... Ja, aber was weiß denn ich? Okay. Das kann ich nicht genau alles dechiffrieren. Also jedenfalls, diese SMS passt zu dem Zeitpunkt, wo das passiert ist. Was heißt passt zu dem Zeitpunkt? Naja, zu der Tatzeit. Ungefähr an dem Tag. Oder zwei Tage vorher, drei Tage. Nein, ich kann es genau sagen. Die ist am 3.2.10. 3.2.2010? Nein, meine ich, oh Gott, ich bin verwirrt. Also von da ist diese SMS... Fünf Tage vorher. Die passt einfach richtig gut auf. Ja, so ist es. Die SMS war von einer Nummer, die auf die Personalien dieses Bruders passten. Dieses Knastfreundes. Das ist der Bruder vom Schützen? Nee, na, wir wissen nicht, wer der Schütze ist. Wer der Schütze ist, wissen wir nicht. es gibt nur diese zwei Brüder und der eine ist die Knastbekanntschaft und der andere ist der Bruder vom Knastbekannten die Schreibfehler passen auch zu der Knastbekanntschaft und und im Grunde genommen sagt die Staatsanwaltschaft, das bestätigt eigentlich genau das, wovon wir immer ausgegangen sind du hast den geschickt um, du bist der Auftraggeber für diese Schüsse in das Bein und deswegen gab es jetzt die Anklage das haben wir ja schon gesagt warum, nämlich Ehre verletzt und so weiter, du runzelst die Stirn mir reicht das ehrlich gesagt alles noch nicht der Oma SMS mit einem Kuh das können auch Drogen sein ja das kann vieles sein aber das ist halt ein Indizienprozess und im Indizienprozess kommt halt vieles zusammen einmal diese Tonbandaufnahme einmal der Fahrer dann dann diese ganzen der Fahrer, der offensichtlich den Dings gar nicht kennt ja ja die fallen auch alle am Ende zusammen das kann ich schon mal vorausnehmen diese ganzen komischen dubiosen Zeugen auf die hat die Kammer nicht so besonders viel gesetzt wir hören uns mal ganz kurz den Verteidiger an weil der ist ähnlich wie ich drauf und sagt da gibt es vor dem da gab es schon viele Unstimmigkeiten die zentralen Beweismittel der Staatsanwaltschaft haben sich in Luft aufgelöst wir haben eine Tonaufnahme die von vorne bis hinten manipuliert ist wir haben einen kriminellen Kronzeugen der über Jahre versucht hat die Familie Falk zu erpressen und der in vier Vernehmungen vier verschiedene Versionen präsentiert hat alles andere als ein Freispruch für Herrn Falk wäre wirklich eine Belohnung eines Kriminellen der für seine Falschaussage bereits vor Prozessbeginn 100.000 Euro kassiert hat wir haben außerdem Deutschlands renommiertesten Aussagepsychologen beauftragt mit einer Analyse des Hauptbelastungszeugen eines vielfach bestraften Kriminellen und dieser ist zu dem Ergebnis gekommen dass die Aussagen so invalide sind so widersprüchlich dass sie nicht mal verwertbar seien Vielen Dank Jetzt haben wir noch was von irgendwelchen 100.000 Euro Geld wo kommen die her? Das sind die 100.000 Euro Belohnung aber das ist natürlich jetzt ein bisschen gemischt also eine Kanzlei kann schnell hergehen und kann sagen okay du hast uns den entscheidenden Hinweis gegeben geben wir dir 100.000 Euro yo kann man sagen hat der nur gemacht hat der nur behauptet wegen der 100.000 Euro jetzt muss man dazu sagen was wir eben gehört haben ist der eine Verteidiger von Falk und das ist am ersten Prozesstag gewesen Ja habe ich ja gesagt bevor und der sieht auch noch Unstimmigkeiten da ist jetzt noch kein Urteil gefallen da ist noch gar nichts gefallen deswegen habe ich es jetzt abgespielt weil es ja chronologisch passt im Sinne von ich bin ja aktuell auch noch ehrlich gesagt so dass ich denke klar ist alles ein bisschen shady aber ob das jetzt mir ausreicht weiß ich nicht und er sieht es ja scheinbar auch noch so ich bin jetzt gespannt ob sich das bei mir wenn wir jetzt vielleicht zum Prozess irgendwann kommen ändert Ja wir sind im Sommer 2019 der Prozess beginnt es sind einige Prozestage angesagt und wir ahnen alle nicht dass wir 10 Monate lang gebrauchen werden bis wir erfahren wie dieser Fall ausgeht nämlich 43 Verhandlungstage das hängt auch damit zusammen dass Herr Falk eine Verteidigung hatte wie sie jedenfalls ich in dieser Form noch nicht gesehen habe also ich sage ja immer der echte Strafprozess hat nichts mit Gerichtsschau zu tun und ich würde jetzt einschränkend sagen außer man ist im Prozess irgendwie gegen Herrn Falk das ist unglaublich was da passiert ist also es begann schon damit dass am ersten Prozestag dort ein Medienanwalt war und das war nicht irgendein Medienanwalt sondern es war der Medienanwalt Höcker auch der Johnny der auch bei RTL so eine Sendung hatte genau der ist auch ein bisschen merkwürdig abgedriftet in dieser Zeit ja also der hat als Mandanten neben Heidi Klum Jörg Kachelmann auch Recep Tayyip Erdogan er hat Alice Weidel er hat sich für die AfD ins Zeug gelegt und neuerdings hat er auch noch die Ex-RBB-Intendantin Schlesinger das ist alles nicht so schlimm weil ich weiß man muss verteidigt werden ja ja natürlich ja man muss das differenzieren wobei das sind ja jetzt hier Zivilsachen das ist ja nochmal was anderes als Strafrecht ja trotzdem der fällt auch bei Twitter kann ich aus eigener Erfahrung sagen durch merkwürdige Aussagen auf ja vor allen Dingen ist das einer ein Medienanwalt der meint der Presse sagen zu können was sie zu tun hat in diesem Fall hat er das erstmal sehr freundlich versucht indem er Pressemappen verteilt hat ich war noch nie in einem Strafprozess wo ein Anwalt vorher Pressemappen verteilt hat was stand da drin die Position der Verteidigung da waren schmeichelhafte Fotos von Herrn Falk da waren die Gutachten drin und es gab alles in Papierform und auch auf Stick also das war schon ein bisschen edler gemacht so ein Service eigentlich ja ja und du bist auch abgefragt worden woher du bist was du hier machst und das darf man naja das darf man man muss ja nicht drauf antworten also es ist ja ich meine wir können ja niemanden verbieten einem zu sagen was passiert und was dann einfach folgte waren monatelange Verhandlungen mit Befangenheitsanträgen mit Dingen die ich wirklich fragwürdig finde also die Verteidigung hat auch vorher offensichtlich recherchiert über die Prozessbeteiligten zum Beispiel über den Vorsitzenden Richter dabei fand sie nicht nur raus was für eine Staatsangehörigkeit seine Ehefrau hat und hat es da ausgeplaudert das ist ein Unding finde ich das sind persönliche Dinge die haben dann nichts verloren schon gar nicht bei einem Vorsitzenden Richter einer Schwurgerichtskammer der doch per se immer auch ein bisschen gefährdet ist weil er natürlich gegen Mörder und Totschläger verhandelt und ein Recht darauf hat dass er selber in der Hand hat was über ihn Persönliches verbreitet wird also ich fand das unterirdisch bevor wir chronologisch weiter im Prozess gehen würde ich auch trotzdem hier Falk selber mal die Chance geben sich zu äußern wie er vor Prozessstart die ganze Geschichte wahrgenommen hat ja meine Damen und Herren ich befinde mich jetzt seit einem Jahr unschuldig und Untersuchungshaft meine liebe Frau und meine lieben Kinder vermisse ich sehr die Trennung ist für mich und auch für meine Familie sehr schmerzhaft aber auch aus diesem Grund bin ich tatsächlich froh dass ich jetzt losgehe mit dem Prozess und ich hier meine Unschuld beweisen kann es gibt noch viel aufzuklären und wir werden ab heute sehr massiv auf diese Aufklärung drängen es wird dann schnell klar werden dass auf diese Anklagebank jemand anders gehört nämlich der Belastungszeuge der Staatsanwaltschaft derjenige der meine Familie über Jahre erpresst und bedroht hat und von dem sein eigenes Umfeld inzwischen selbst sagt dass er hinter dem Anschlag um den es heute geht steht und an diesem auch als Täter mitgewirkt hat ja auch das ist sehr ungewöhnlich das dann angeklagt dass sich dann die Presse wendet und es war hier so er hatte schon begonnen zu reden aber da fehlte noch ein Fernsehteam und dann wurde quasi nochmal zurückgespult und dann ging es nochmal von vorne los damit es auch wirklich alle mitbekommen und auch das zog sich durch diesen ganzen Prozess also ich hatte bei dieser Verteidigung und bei diesem Angeklagten immer das Gefühl dass sie nicht ernst nehmen wer da eigentlich im Gerichtssaal sitzt also dieses Gericht letztlich ja diejenigen die am Ende ein Urteil sprechen es ist ja nicht die Presse das heißt die haben immer zum Zuschauerraum geredet das heißt so ein bisschen amerikanisiert vielleicht auch absolut und dann der Verteidiger von ihm der Einverteidiger der sich stets mit Herrn Professor hat anreden lassen er ist Professor von wem muss man sich da vom Gericht von allen das hat er da auch drauf hingewiesen ja aber wie macht man das ganz kurz das will ich wissen Professor bitte also das heißt wenn man sagt Herr Mayer sagt dann Herr Professor der Herr Professor hat gerne Redewendungen verwendet wie also entschuldigen Sie bitte in meiner Strafprozessordnung steht dies das und jenes ja also er hat nicht nur die Staatsanwältin in einer Form versucht klein zu machen und ihr zu erklären wie unfassbar doof sie eigentlich ist sondern er ist eigentlich mit allen so umgegangen er hat auch dem Vorsitzenden Richter der ja Gott sei Dank wenigstens einen Doktortitel trägt immerhin ja aber halt dummerweise auch kein Professor ist auch dem hat er das gezeigt also in diesem Prozess war alles für mich ein Höhepunkt war als einer dieser OK Zeugen also aus dem organisierten Verbrechen vernommen wurden ich weiß jetzt nicht mehr genau ob es der Kronzeuge war oder irgendeiner da drumherum es waren so viele da waren auch Beamte des Bundeskriminalamts da ja weil der musste besonders geschützt werden das war in einem besonderen Raum da wo die Terroristenprozesse waren wir waren da mal einmal mit dieser Glasscheibe und einer das war jetzt nicht der Herr Professor sondern das war der andere also der hatte den Herrn Professor und dann hat er noch so einen kleineren Mann gehabt mit gegeltem Haar der aber sehr impulsiv war Herr Professor schrie nicht Herr Professor war nur so ein bisschen überheblich während der andere der schrie auch gern mal so und das war unfassbar also der läuft plötzlich in den Mitte des Gerichtsaales reißt sich die Robe vom vom Leib schreit darum ich lasse mich doch hier nicht erschießen sorgen sie dafür dass diese Beamten also die waren da mit Waffen diesen Saal verlassen sagt der Vorsitzende Richter zu diesen Polizisten meine Herren würde es ihnen was ausmachen wenn sie den Saal verlassen dann schreitet den Vorsitzenden an die sollen nämlich sagen macht es ihnen was aus sie können das hier anordnen sagt dieser Vorsitzende Richter ich habe ihn geliebt dafür das ist nicht meine Art mit Menschen so zu sprechen und bitte die Polizisten dann sich halt vor den Saal zu stellen der Ander jetzt keine Angst haben muss dass er erschossen wird weißt du so da muss ich aber kurz einhaken da ist ein Anwalt ein Kleiner mit gegelten Haaren der sich die Klamotten vom Leib reißt und Angst hat dass die Polizei ihn anschießt im Prozess das ist doch absurd das war eine Inszenierung wie so viele in diesem Prozess mit welcher Intention inszeniert man denn sowas ich weiß es nicht das ist Stimmungsmache gewesen das ist ich weiß nicht wem und was das dienen sollte zumal also da kommen Zeugen aus der organisierten Kriminalität ich kenne diese Kammer das ist eine so transparente Kammer ich kann mir nicht vorstellen dass die Verteidigung davon überrascht worden ist dass da BKA Beamte im Saal waren das war klar dann kann man es doch vorher besprechen kann man sagen ich habe Schiss wenn einer mit Waffe da ist okay ist halt so ist halt so ich tue mich immer noch schwer in diesen Fall reinzukommen weil das so eine Mischung ist aus sehr sehr weird alles auch dass er diesen Anwalt da engagiert hat den jetzt auch nicht für mich eingenommen gleichzeitig will ich aber auch noch nicht zu schnell sagen weil ehrlich gesagt kann ich mir auch vorstellen dass das passiert du bist im Gefängnis bist ein reicher Johnny da kommen die Typen will sich mit in der Klasse mit jemandem unterhalten die finden das raus und dann fangen an dich zu erpressen ohne dass du was machst weil theoretisch gesehen so unglaublich abwegig ist es nicht dass die Typen die von diesen ganzen Sachen wissen wo er dann wahrscheinlich hat er die beauftragt hat diese Unterlagen zu klauen weil er dachte da gibt es Beweise die mir vorenthalten werden die meine Unschuld beweisen dass die dann sagen du hast uns hier für beauftragt was was wir schießen jetzt einfach jemand ins Bein und dann sagen du hast das beauftragt oder du gibst uns mehrere Millionen Euro unglaublich oceans eleven mäßig ist der Plan jetzt auch kann ich ja schon mal sagen am Ende war es so dass diese ganzen vielen OK Größen die da vernommen worden sind zum Teil per Video weil die gar nicht in Deutschland sind dass die am Ende gar nicht dazu geführt haben dass er verurteilt worden ist am Ende war es was was anderes am Ende war es vor allen die Oma SMS am Ende war es auch der Tonband Mitschnitt ja es hat dieses Gutachten gegeben es war vom Fraunhofer Institut also die haben sich nicht lumpen lassen die haben was gesagt da sind zwei Schnitte drin aber es ist nicht zweckentfremdet also es ist nicht also der Inhalt ist nicht so das haben die zugelassen dann gab es diesen Aussage Psychologen und ja das ist ein ganz renommierter Aussage Psychologe der hat gesagt der Typ Das Gericht hat gesagt den brauchen wir nicht zu hören dann ist die Verteidigung hergegangen und hat ihn mitgebracht als sogenannten präsenten Sachverständigen jetzt könnte das also der ist dabei der sitzt vor der Tür hier haben wir mitgebracht sitzt vor der Tür den muss die Verteidigung dann bezahlen und wenn das Gericht sagt nee weil das Gericht hat gesagt die Einschätzung der Glaubwürdigkeit von Zeugen da sind wir wieder bei deiner Lieblings Diskussion ist unsere ureigene Aufgabe da sind wir er rollt schon die Augen ja das ist auch anmaßend trotzdem brauche ich nicht ich weiß selber wie jeder Mensch auf der ganzen Welt egal wie er sozialisiert wurde ich weiß ob das glaubwürdig ist oder nicht die Erbruder alles klar gut also jedenfalls hat die Verteidigung diesen Sachverständigen mitgebracht und das Gericht hat gesagt ja gut okay komm rein das macht man glaube ich fürs Verhandlungsklima damit du dann nicht noch den nächsten Antrag dir einfährst es hat ja genügend Anträge in diesem Prozess gegeben also Befangenheitsanträge damit nicht den nächsten kassierst und überraschenderweise hat der natürlich gesagt dass der Kronzeuge unglaubwürdig ist übrigens was auch ehrlich gesagt nicht unglaublich abhängig ist wir haben jetzt hier keinen unbeschaltenen Bürger aber man hat die nicht gebraucht weil das Gericht ist selber zu dieser Überzeugung gekommen ohne den Aussagepsychologen dass der scheiße labert ja dass man dem nicht glauben kann ja aber was bleibt jetzt übrig die SMS es bleibt die SMS übrig es bleibt das Motiv übrig es bleibt übrig das aber wie soll das Motiv denn gewesen sein was ist das unterstellte Motiv weil eigentlich hat es dem überhaupt nichts gebracht das Gericht hat gesagt der war von Rache gefühlen getrieben weil er sich gehasst und verfolgt gefühlt hat von dem Rechtsanwalt und seinen Kollegen die über ja dann hätte der das ja beim Strafprozess auch schon machen können da ist er auch verfolgt worden naja da kannte der nee nee da kannte der den doch noch gar nicht den hat er erst im Knast kennengelernt nee aber diese Gefühle warum sind die dann plötzlich erst später entstanden naja also du hast ja mehr Einfluss auf ein Zivilverfahren als auf ein Strafverfahren aber wie soll denn der Einfluss aussehen wenn ich dem ins Bein schieße was soll es sein ich denke das kann ich auch nicht beantworten ich verstehe ehrlich gesagt nicht dass die das als das Motiv und diese aber lassen Sie mal darauf ein das Motiv ist dass er Rache gelöst hat so hat es das Gericht gesagt weil er sich gehasst und verfolgt gefühlt hat von dem Rechtsanwalt und seinen Kollegen die über Jahre hinweg mit aller Härte Pfändungen gegen ihn vorangetrieben haben der sollte wissen mit wem er es zu tun hat die Zeugenaussage des Rechtsanwalts hat das Gericht gesagt war ein ganz wichtiges Indiz plus die Oma SMS fünf Tage nach der Tat vor der die einer der Brüder an den Falk geschickt hat plus die Tonband Aufnahme die ihn eindeutig als Auftraggeber ausweise welche Stelle ist da konkret gemeint da wo er sich freut oder was ja nee 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 wir haben doch auf dem Tonband wo er sagt dass der weg soll wo ist das hier meine ja der Fahrer soll weg die Bazille nein der nicht die Bazille ist der Rechtsanwalt die Bazille ist der Rechtsanwalt dann bin ich jetzt durcheinander mit diesen Tonaufnahmen also wir haben einmal das Treffen in dem Steakhouse und da war aber doch wer trifft sich da der Falk und der Fahrer der Falk echauffiert sich über den Rechtsanwalt sagt der soll eiskalt gemacht werden damit diese Bazille nicht mehr existiert das Schwein hat es zu weit getrieben Halsabschneider Geste Umschlag mit 200.000 Euro geht über den Tisch ich will nichts mehr von dem hören der soll zum Schweigen gebracht werden aber wartet bis ich in Südafrika bin ok das ist mein Fehler mein Fehler in diesem Ding war ich habe gedacht er will auch mit den ganzen johnny's nichts mehr zu tun haben zu sagen ey hier hast du 200.000 Euro das ist Steakhouse dann gibt es das in der Türkei wo er sich freut über den Anschlag wo er jubelt als er von dem Schuss hört und wo er sagt das ist die einzige richtige Konsequenz gewesen dem ins Bein zu ballern dieser feigen Anwalts Bazille das in Istanbul kann man einfach als ja freut sich halt aber das andere ist natürlich dann schon eindeutig zu sagen hier hast du Cash das habe ich falsch verstanden in dem ganzen Wust habe ich gedacht dass der auch diese Leute von sich weghaben will und sage ich gebe dir zum letzten Mal jetzt lass mich in Ruhe aber dann ist es anders gelagert und die Indizien reichen dann aus das heißt dann hat die Verteidigung sehr sehr viel Aufwand betrieben aber eigentlich hat man das nicht mehr vom Eis gekriegt so ist es und das Gericht hat gesagt dieser dubiose Kronzeuge plus alle anderen aus dem Dunstkreis dieser Brüder Fahrer und da gab es noch mehr ich habe jetzt nicht alle erwähnt sonst wären wir hier völlig irre die brauchen wir überhaupt nicht die sind nicht entscheidend weißt du das Problem ist glaube ich gewesen wenn der das zugegeben hätte wenn der gesagt hätte ja ich habe mich total geärgert bla 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 und ich habe dem ins Bein schießen lassen bin froh dass der nicht erschossen worden ist keine Ahnung so irgendwas da wäre da wäre der ich behaupte mal mit einer deutlich geringeren strafe davon gekommen vielleicht wäre es auch nur eine bewährung geworden keine Ahnung aber das hat ihm glaube ich total geschadet dieses primborium hat ihm geschadet ich glaube das hat ich glaube das hat ihm geschadet sie da wirklich alles machen wollten um das irgendwie ja auch dieses diskreditieren eines gerichtes dieses diskreditieren einer staatsanwältin die ich nicht ernst nehme und die der ich deutlich zu verstehen gebe dass sie ein kleines dummes tritchen ist und ich der Herr Professor lass mir doch nicht von so einer dummen Nuster was sagen so einer jungen staatsanwältin so war jedenfalls immer mein Gefühl in diesem Prozess das war wirklich schwer zu ertragen und der ist auch so ungeschickt dieser Falk der ist auch so ungeschickt dann lässt ihn das Gericht nach zwei Jahren mit dem Urteil aus der Haft raus nach dem Schussurteil jetzt also ja Schussurteil das ist ja verurteilt worden nicht ein versuchter Mord sondern eine versuchte gefährliche Körper und das hat sich warum geändert weil die nicht nachweisen konnten weil die gesagt haben nee das war offensichtlich ein Profi und wenn der den hätte erschießen können dann schießt er eben nicht ins Bein also Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung nicht versucht ist ja Quatsch so dann schießt er eben nicht ins Bein sondern dann erschießt er den so und man weiß aber nie wer geschossen hat nein das ist bis heute nicht klar das ist bis heute nicht klar das heißt der hat eine Strafe kriegt vier Jahre ist nach zwei Jahren mit rauskommen nein das Urteil ist noch nicht rechtskräftig der Bundesgerichtshof wollte eigentlich im August verkünden und hat aus dienstlichen Gründen was immer das heißt das Urteil nicht verkündet es war die Verhandlung schon in Karlsruhe es sollte ich hatte gehofft dass es bis jetzt da ist ist aber nicht da über die Revision entschieden sein scheint aber nicht der Fall zu sein also was heißt scheint nicht der Fall zu sein ist noch nicht der Fall und du hast gesagt er ist aber ungeschickt warum ach das ist jetzt einfach nur Geschmacklosigkeit im Antext haben wir auch diesen Satz gehört aber das war es noch nicht ja weil die Revision ja noch läuft und weil der einfach um alles und jedes kämpft der akzeptiert nichts der hat Hamburg nicht akzeptiert muss er auch nicht ist ein gutes recht obwohl er draußen ist er ist draußen na gut er ist draußen und er müsste natürlich den Rest verbüßen zwei Jahre hat er gesessen ist noch ein bisschen bis zwei Drittel ja aber warum ist er draußen weil es im Moment keine Haftgründe mehr gibt also Fluchtgefahr kannst du ausschließen indem du den Pass abnimmst und lauter so Zeugs machst Verdunklungsgefahr hast du nicht mehr weil es ja alles da wir müssen es nochmal neu aufdrüsen für mich fangen wir nochmal von vorne an nein ich habe heute jetzt habe ich den Überblick verloren der ist verurteilt worden oder nicht jetzt ist er zu vier Jahren und sechs Monaten verurteilt worden so und dann ist das Urteil noch nicht rechtskräftig und das heißt diese Zeit über die wir gerade sprechen ist untersuchungshaft gewesen oder was ja er hat zwei Jahre in Untersuchungshaft das heißt das Urteil ist nicht rechtskräftig weil da noch ein Revisionsprozess läuft ja deswegen ist er auch gar nicht im Gefängnis nein warum ändert sich das jetzt was ist der Unterschied zu Untersuchungshaft und dieser Wartezeit zur Revision die Untersuchungshaft ist nur dazu da ein Verfahren zu sichern gut und eine Revision muss nicht gesichert werden nein also du musst natürlich aufpassen dass er nicht abhaut und wie mache ich das indem ich ihm einen Pass abnehme zum Beispiel und indem ich ihm sage du meldest dich jede Woche bei der Polizei in Hamburg und wenn du in Urlaub fährst sagst du wo du hinfährst und das kann man bei Untersuchungshaft nicht machen weil bei der ich behaupte mal dass der in Untersuchungshaft saß weil die Angst hatten einmal vor Fluchtgefahr doch das kannst du schon machen und deswegen werden ja hohe Kautionen dann auch hinterlegt oder so das war in Hamburg zum Beispiel so in Hamburg bei dem Prozess bei diesem Betrugs- und Bilanzfälschungsprozess haben sie 1,5 Millionen Euro hinterlegt und dann ist er rausgekommen hier hat sie das Gericht abgelehnt warum auch immer aber es hat den Haftbefehl aufgehoben am Tag des Urteils was dann so zugeführt hat dass er sich von der Bild-Zeitung hat begleiten lassen und dann seinen Sieg gefeiert offensichtlich ein Sieg also es scheint sich so angefühlt zu haben eben Italiener in der Nähe von kann man nachlesen der hat obwohl er dieses vorläufige Urteil hatte mit 4 Jahren hat er gefeiert ja warum weil er aus der Haft entlassen worden ist vermute ich mal wo ist er jetzt ist er in Südamerika er scheint in Hamburg zu sein aber es ist sehr 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 ruhig geworden um ihn also es gibt jedenfalls keine Berichterstattung mehr seither was ja jetzt auch nicht was auch okay ist es ist schlau von ihm nein es ist auch okay dass man das nicht macht also egal was der jetzt gemacht hat ach naja das ist ein Promi wir wissen doch wie die Boulevardpresse funktioniert ja eben aber es ist doch dann gut dass es eben auch nicht diesmal so ist ja vielleicht ist er einfach verhält er sich einfach unauffällig ich weiß nicht ich muss keine Ahnung ich glaube wenn ich ihn treffen würde hätte ich keine Angst für ihn übrigens was auch weil fängt mir gerade noch ein weil was auch gegen Mordversuch spricht ist dass in der SMS von Kuraufenthalt die Rede ist also da ist ja nicht vom ewigen Frieden die Rede oder irgend sowas oder vom Friedhof sondern vom Kuraufenthalt ja wie gesagt dieses SMS das Motiv habe ich nicht überzeugt dann wahrscheinlich eher die Tomataufnahme wenn die dann so existiert hat weil ich habe sie zumindest nicht gehört ja es ist auf jeden Fall eine sehr 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 strange Geschichte und die bleibt ja offen scheinbar vielleicht hören wir ja noch was davon ja vielleicht finden wir ja doch noch irgendwann den na was weiß ich wir vielleicht ne ich meinte weil das ist ja du sagst Urteil ist noch nicht rechtskräftig kann passieren dass der Bundesgerichtshof das Urteil aufhebt dann geht alles von vorne los und ich wünsche es mir nicht ich irgendwie schon aber jetzt habe ich es mir ja so schön sortiert vielleicht verstehe ich es jetzt auch besser vielleicht kann man irgendwas finden dass man sagt dass diese Tomataufnahmen sind vor Gericht gar nicht zulässig vielleicht und ein bisschen traurig wäre ich dann vielleicht doch dass der eine Anwalt das habe ich gerade schwiegen nicht mehr im Verfahren am Schluss drin weil der stieg auf einmal aus der Kleine der Kleine stieg auf einmal aus weil er ausgerastet vielleicht weil er so viel Angst hatte vor BKA-Beamten im Prozess ich habe keine Ahnung warum aber es wurde danach etwas ruhiger boah das Ding ist das ist so ein Fall da werden mir jetzt im Nachgang noch tausend Fragen einfallen wenn ich jetzt hier gleich rausgehe und ich die nehmen wir dann mit in Staffel 8 wie krass ja die nehmen wir wirklich mit in Staffel 8 und dann werde ich mich selber im Zuschauerraum melden kennen wir den Zuschauerraum ja ich bin irgendwie müde Zuschauerraum ja und ich habe von Basti gelernt wir wiederholen die Fragen nicht sondern wir rufen an und dann stellen wir die Frage und heute haben wir Lossi Bossi standesgemäß Staffelabschluss Lossi Bossi Joker der Herzen Lossi Hallo Heike Borufka Basti Red Finale Staffel 7 verurteilt Lossi Bossi am Telefon Hi Der Joker der Herzen wie der Basti eben gesagt hat Ok Ist das ok oder verklagst du mich keine Ahnung also schießt ihm in den Oberschenkel dann ist Ruhe genau wir sind beim Falk und im Schuss in den Oberschenkel bei Alexander Falk ja genau sag mir was Ah war das genau ja darum geht es aber nicht nö ok es geht um unseren treuen Fan Hans-Udo Becker was ihr nicht wisst ist Hans-Udo Becker schreibt mir viele viele schöne Mails aus Fulda ist Hans-Udo Becker und diesmal habe ich gedacht jetzt wird es mal Zeit dass wir eine Frage von ihm stellen und die gebe ich jetzt an dich weiter also da geht es um Autos um Aggression am Steuer er schreibt mich würde interessieren ab wann man ein Fahrzeug hier der PKW als Waffe sehen kann und welche Voraussetzungen müssten dafür gegeben sein die Frage hatte der Basti ja auch gestellt ok ja also grundsätzlich fange ich mal vorne an ein Auto ist eigentlich nie eine Waffe im strafrechtlichen Sinne es kann keine Waffe sein aber es geht ja nur um den Begriff der Waffe das hat das Bundesverfassungsgericht mal entschieden dass es gibt zwar Waffen die nicht technische Waffen sind also auch keine Pistolen aber darunter fehlt nicht das Auto weil nämlich das Auto nicht dafür geschaffen ist also bestimmungsgemäß dazu beschaffen ist dass Menschen bekämpft werden oder Sachen zerstört werden deswegen kann ein Auto juristisch oder strafrechtlich nicht als Waffe bezeichnet werden sondern eher als gefährliches Werkzeug das ist ja dann die andere Abzweigung sag ich mal die man dann aufmacht aber es ist trotzdem entscheidend das zu wissen weil es gibt Tatbestände in denen zum Beispiel nur eine Waffe die Strafschärfung herbeiführt und dann wäre dein Auto rauszunehmen zum Beispiel Widerstand gegen Verstreckensbeamte da kannst du dann im Absatz 2 eine höhere Strafe bekommen wenn du eine Waffe benutzt wenn du ein Auto benutzt um dich gegen Verstreckensbeamte zu wehren dann ist es keine Waffe und das der Tatbestand nicht erfüllt das wollte ich erstmal vorausschicken weil es glaube ich im umgangssprachigen Sinne oft so ist Auto als Waffe und es ist dann so feststehend aber juristisch gesehen strafrechtlich gesehen ist der Begriff falsch das heißt eigentlich ist es schlauer wenn ich irgendwas verwende was ursprünglich gar nicht dafür gedacht ist um dich gegen Polizeibeamten oder Verstreckensbeamten zu wehren ja das heißt ich wird sich gar nicht wehren ja oder wenn wir einen Anwalt an der Hand haben geht ja auch ich bin immer mit dir unterwegs das ist meine Wehrhaftigkeit aber das das heißt es macht einen Unterschied genau es macht einen Unterschied und es gibt Tatbestände in denen konkret nur auf dem Wasser abgestellt wird dann gibt es aber auch den Großteil der Tatbestände da gibt es dann auch das gemeingefährliche äh das gefährliche Werkzeug und darunter fällt dann auch das Auto das heißt lieber mit einer Tasse jemandem in die Schnauze holen als mit einem Schlagring also Tasse ist ein gefährliches Werkzeug ob das jetzt unter Waffe fällt im technischen Sinne würde ich sagen eher nein ja aber ein gefährliches Werkzeug ist es und dann die Frage ist ja was sind da die Voraussetzungen es geht um die Zweckbestimmung also ich kann ein Auto als gefährliches Werkzeug einsetzen wenn ich mit diesem Fahrzeug jemanden verletzen möchte und es dafür einsetze entscheidend ist aber hier wiederum auch wieder ganz juristisch speziell ähm es muss die Verletzung muss bereits beim Zusammenstoß ähm entstanden sein oder hervorgerufen werden wenn er zum Beispiel aber ausweicht und das Auto die Person gar nicht trifft und er sich dann durch das Ausweichen verletzt dann haben wir keine gefährliche Körperverletzung dann aber wiederum einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr nach 315b das sind aber wieder alles zu speziell wenn ich jetzt einen über den Haufen fahren will weil ich ihn blöd finde und er läuft gerade über die Straße und der springt auf die Seite ja und dann du triffst ihn nicht ich treffe ihn nicht genau dann haben wir keine gefährliche Körperverletzung warum auch weil den habe ich doch nur deshalb nicht getroffen weil er schnell genug gesprungen ist ja das ist doch beim Mördern genau das gleiche das ist doch genau das gleiche wenn ich jemandem in die Schnauze haue der eine fällt auf den Kopf und der andere nicht und der andere hat Glück der andere nicht das geht doch hier ums Ergebnis dann oder nicht genau aber dann hast du ja trotzdem den Tatbestand des gefährlichen Eingriffs und du nutzt das Fahrzeug dann als Tatmittel das 315b ich kann ja nichts dafür wie der weg springt okay wir tauschen die Seiten wollen wir mal machen der Basti erklärt mir der Basti erklärt mir Tonmannsinn hi grüß dich ja das ist gut da hat man immer da kann man was ganz Neues in Staffel da kannst du immer gucken da kannst du immer gucken ob es langweilig ist oder nicht genau das da ist genau das ist jetzt der Begriff der gefährlichen Körperverletzung nehme ich jetzt mal einfach und da kommt es darauf an ob die Körperverletzung durch den Anstoß des Fahrzeugs entstanden ist entsteht die Verletzung jedoch nur durch das Ausweichen und dann auf die Straße fallen zum Beispiel dann haben wir einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr also dann ist das Fahrzeug sozusagen durch den gefährlichen Eingriff hast du jemand anderes konkret gefährdet ja und um die Frage vielleicht mal kurz kurz und knapp zu beantworten ein Auto kann ein gefährliches Fahrzeug sein wenn es zweckentfremdigt eingesetzt wird sprich zur Verletzung anderer Personen oder auch als Mordmerkmal als gemeingefährliches Mittel wenn du das Fahrzeug sozusagen so einsetzt dass du die Kontrolle verlierst das aber auch im Kauf nimmst dass unglaublich viele Personen gefährdet werden durch die Nutzung des Fahrzeugs ja und um dann die Schleife zu ziehen zu den Mordmerkmalen es kann durch ein Fahrzeug auch immer die Mordmerkmale erfüllt werden zum Beispiel wenn du jetzt jemanden überraschend der damit gar nicht rechnen konnte ja ihn einfach überfährst ja könnte theoretisch ein Mordmerkmal sein sollte man eigentlich Heimtücke immer nicht mit rechnen müssen nein aber wäre schon gut ja es gibt ja die Fälle dann hörst du schon dieses Knallen und das laute Geräusch denkst du oh was ist denn da los was kommt da jetzt dann ja dann ist es ja mal diese Heimtücke Begriff den brauchen wir jetzt aber jetzt nicht hier durchdiskutieren es geht so weit alles ja ich hoffe ich konnte die Frage im Ansatz beantworten ich habe es auf jeden Fall verstanden und ich lerne wieder dass Justiz so komplex ist und ich habe auch auf jeden Fall was mitgenommen was ich mache wenn ich mich gegen Vollzugsbeamte wäre Tatser ja ich würde sagen den kleinen Fall den wir hier gerade hatten weil wir die Pätze getäuscht haben hat der Kameramann mir die Kopfabgeste gezeigt weil ihn das nicht gefasst hat das lass mir mal unter den Tisch fallen weil wir hier gerade im Finale sind Lossi Bossi vielen vielen Dank nicht nur für heute sondern für die komplette Begleitung du warst ja tatsächlich von Anfang an dabei auch mit dir sieben Staffeln vielen vielen Dank mein Lieber da bin ich gerne danke schön und wir möchten dich gerne behalten ja wunderbar da freue ich mich Anschlussvertrag Lossi Bossis Vertrag wurde hier per beidseitige Option gerade verlängert in Staffel 8 wenn ihr Lossi Bossi mal live sehen wollt es kann passieren wir verabschieden euch jetzt erstmal ciao ciao vielen Dank ciao es kann passieren es kann passieren dass am 23.11. oder am 21.12. in der Kees dabei ist wenn es verurteilt live gibt liebe Heike und wenn ihr das wissen wollt dann kommt ihr einfach wir freuen uns auf euch und ihr habt bei uns auf den Live Shows immer auch eine aktive Rolle da ist nichts nur zuhören der Zuschauerraum ist sehr sehr groß und teilweise auch sehr sehr lustig also wie gesagt bis jetzt waren alle Shows außer Kopf was auch völlig fertig ist wir sind in Staffel 8 bald angekommen wir haben Staffel 7 gerade fertig gemacht Heike ich kann mich nur bei dir bedanken mir macht es immer mehr Spaß fast weil ich auch irgendwie ein bisschen mehr reinkomme und viele Dinge jetzt nicht mehr so ganz dumm nachfragen muss vielen Dank aber hauptsächlich an die Leute da draußen die uns hier tatsächlich zuhören zuschauen schreiben streiten beleidigen selbst bei euch bedanke ich mich heute zur Feier des Tages ansonsten hasse ich euch was ich nicht wir lieben einander nein ich weiß auch die Leute da draußen nicht die die Hass also nicht die die Hasskommentare schreiben also danke wir kommen wieder in so roundabout 6 Wochen wir müssen uns mal kurz ein bisschen erholen 5 bis 6 wir müssen uns ein bisschen erholen dann sitzen wir auch wieder auf den richtigen Plätzen und bringen hier niemanden zu Schweißausbrüchen wir danken dem Team wir danken einfach allen wir bedanken alle die auch hinter der Kamera sind weil die sind tatsächlich sehr 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 freundlich und sehr sehr nett und helfen uns teilweise auch in Situationen was ihr nicht mitkriegt also von daher ich hab's jetzt nicht vorbereitet wir machen jetzt einfach so ein Hollywood Ding und sagen wir danken einfach jedem und allen vielen vielen Dank und da weiter bei und bis in macht's gut bis in ruht euch auch aus verurteilt der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd eine Produktion des hessischen Rundfunks mit Heike Borufka